Alright! Machen wir weiter, wa? Let's go! Weiter im, äh, im... ...losten Street. Oh! Da unten seh ich schon ein Item. Okay. Wenn das jetzt ein Item ist, was ich brauche, ne? Dann dre ich durch! Warte, wo war das jetzt? Da unten. Okay. Wait. Wait a minute, Sir. War ich hier unten schon drin? No. No. Wait. Ja, okay. Moan. Ja. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Really? Wir haben gleich beide Schlüssel gefunden auf einem Platz? Was? What are you talking about? What? That's insane. Hahaha, that's crazy. Wir haben beide Schlüssel, die ich brauche an einer Stelle. Das ist ja absolut insane. What the hell? Jetzt will ich aber auf jeden Fall noch das eine Item haben, was ich noch gesehen habe. Wait. Äh, wait. Wait. Äh, wie viele Stunden eher hättest du die Schlüssel bekommen, wenn du gründlich gewesen wärst? Äh, jetzt im normalen Playthrough, in der Vanilla, da hättest du die, ach, keine Ahnung. Ich sag mal, jetzt bei einem Spieler, der sich auskennt, hättest du die innerhalb, nach einer halben Stunde gehabt, vielleicht. 45 oder so. I don't know. Im Randomizer? Ja, das ist, das kannst du, das kannst du ja nie sagen, ne. Das, keine Ahnung. Das kann man ja wirklich nicht sagen, weil man ja nicht weiß, wo die Items liegen, ne. Äh, wait. Oh, da ist auch noch ein Item. What the hell? Oder hattest du Tauchen noch nicht, als du da dann vorbei bist? Ja, Tauchen hatte ich noch nicht, als das erste Mal, ja, ja. Und als ich jetzt das, ähm, den letzten Stream da vorbei bin, hab ich ans Tauchen nicht mehr gedacht, da, also in dem Teich da zu tauchen im Prinzip. Nice. Oh Gott, oh Gott. Nicht der, ey. Au. Du dumme Saumstürb. Stürb. 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 Okay. Aber ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, äh, um ehrlich zu sein, dass ich, äh, äh, beide Schlüssel an einem Item bekomme, sondern ich hätte eher damit gerechnet, dass ich, ja, ne, natürlich jetzt einen Schlüssel da gefunden hätte und dann einen anderen Schlüssel halt woanders. Wie zum Beispiel hier, wo wir noch 5000 Items haben, goddammit, holy shit. guerra, jemalm. Äh, jemal mit... 쓰�älber, jemalm. Hall объere 놀�t, irr. Aber das ist, ah, sehr gut, dann können wir endlich, dan haben wir wieder Progress, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist super gut. Äh, dann ist das eh nicht so, äh, eh, sehr deine Schuld, wenn Tauchen erst ewig später, nachdem du am See warst, kam. Ich glaube, Tauchen habe ich relativ früh bekommen, um ehrlich zu sein. Aber man denkt halt auch nicht mehr... Also, man denkt vielleicht schon ans Tauchen, aber man vergisst die Plätze, wo man tauchen kann. Also, ne, es gibt ja wirklich... Es gibt so viele Plätze, wo man hier tauchen kann. Und die vergisst man halt immer wieder, leider Gottes. Oh Gott. Nice. Da... Stop that. Good seed, nice. Nochmal einen Trank. Sehr gut. Und noch mehr Attack Power. Let's go. Attack Power confirmed. Hat sich der Weg auf jeden Fall auch gelohnt. Oh. Gaijin Sugar. Oh. 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 Okay. Monke. Ow. Smack him. Sehr gut Wonderful Wonderful Merke, bevor ich Sekiro spiele, brauche ich einen 1 Quadratmeter 3D Druckversion von jedem Gebiet Dann kann ich überall, wo ich war, einen Eddingpunkt auf eine Struktur setzen Du mit deinen Maps Was ist da los? Wenn man lost ist, ist es doch der Weg den Weg zu finden Ja, wenn du verstehst, was ich meine Okay, wait Yes Okay, wir haben Attack Power Wir haben Good Seed, das heißt, wir müssen nochmal zu Emma Emma Und dann können wir Ich glaube, wir gehen zuerst zum Gunford, oder? Oh, ich war hier als letztes, really? Okay Attack Power Yes, please Very good, very good Ähm Oh 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 Hat sich jetzt was geändert, weil wir den Schlüssel haben Tatsächlich Oh, da muss ich ja jetzt alles geändert haben, ne? Yep Yep Hier gibt es nichts mehr, wo ich hin kann Die muss ich alle nochmal neu Oh Oh Warte mal, ist sie jetzt hier wieder? Wait Eieiei Stimmt, ab einem gewissen Punkt ändert sich ja quasi die Karte Und dann beginnt der Krieg sozusagen Und all so ein Kram Ne, sie ist nicht hier Doch, sie ist hier Ähm Und dann muss man im Prinzip alle Leuchtfeuer, die man vorher hatte nochmal neu Finden Beziehungsweise neu machen There you go, there you go Never Hmm, wir haben keinen davon, was haben wir hier? Immer noch nix What do you mean? Wait, was brauchen wir denn noch? Okay Oh Na, im Moment haben wir jetzt acht Heiltränke Eieiei Sehr gut Die Sehr gut Die Okay Travel Das ist aber wieder storybedingt, ne? Deswegen, ich glaube, wir machen erst, äh Gunfort. Yes. Yes. Und danach können wir nochmal komplett durch Aschina Castle. Das bedeutet, Aschina Castle hat jetzt auch wieder andere Gegner da. Also ist ja sowieso randomized, aber sind jetzt im Prinzip wieder andere Gegner da. Und, äh, ich glaube auch wieder andere Items. There you go. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, wie ist das schön. Sunken Valley Passage. Und jetzt treffen wir wieder einen altbekannten Freund. Yep. Den treffen wir. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geht, aber, äh, äh, ja, man hört schon unseren alten, oh, man sieht auch unseren alten Freund. Hallo. Hi. Hi. Äh, wie war denn das jetzt? Nochmal einfach laufen? Hm, I don't know. Yo. Salut, ça va? Mr. Darkie. Moin, moin. Willkommen an Bord. Na, wie schaut's aus? Wir haben endlich, endlich, aber auch jetzt auch gerade erst vor ein paar Minuten, die Schlüssel gefunden, die ich brauchte, um weiterzukommen. Und es waren sogar beide Schlüssel in einem Item beinhaltet. بعد. Juuu. Platsch. Tauchen. Aber Hauptsache, wir sind jetzt weiter. Finally. Let's go. Wie geht's dir, Mr. Darkie? Alles schön bei dir? Oh. Hoffen wir doch alles gut. Ah, sehr gut. Okay. Mir geht's dir. Mir geht's auch wundelprächtig. Kann mich nicht beklagen. Vielen Dank für die... Oh Gott. Oh no, 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 no. Stay down. Okay. Okay. Rennen. Yeah. Yeah. Ah, sehr gut. Ich muss gleich noch zum Training. Morgen steht das erste Turnier an. Ähm... Golf wahrscheinlich, ne? Oder? Sehr schön. Owo, 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 owo. Sehr schön. Genau, okay, ja, sehr gut. Ja, wünsche dir viel Spaß dabei. Und morgen dann das erste Turnier, sagst du? Ja, sehr gut. Da drücke ich dir auf jeden Fall mal die Däumchen. Dass du da ein bisschen was reißen kannst. Und ich sag mal, wenn nicht, Hauptsache, ne? Du warst im Prinzip dabei. Hauptsache, es hat Spaß gemacht. Dann konntest du ein paar Erfahrungen quasi sammeln, ne? Das ist ja erstmal beim allerersten Mal sozusagen die Hauptsache, finde ich. Bei so Turnieren. Wie lange mal schauen, wie das wird? Ja, das wird bestimmt großartig. Das wird bestimmt großartig. Wait. Ja, genau. Wir haben nämlich Items hier, ne? Oh Gott. Hallo. Idiot. Huh? What the? No, geh weg! Scheiße, Lizard. Was ist das? Okay. Wim ist weg. Ein bisschen Money. Yep. Oh, beim Death Blow kriegen wir jetzt noch mehr Health back. Sehr gut. Sehr gut. Und dann nehmen wir dich natürlich zuerst. Ah, was ist denn das? Das ist ein Hund? Ja, wir nehmen dich zuerst. Gar keine Frage. Und dann Doggy Dog. Dogge! Oh Gott, ich habe euch ja gar nicht gesehen. Das ist ja gar nicht... No, 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 wait, 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 kein Double Kung Fu hier, ja? Stop that. One down, two down. Thank you. Holy shit. Scratch Iron. Hmm. Oh, hello. Oh, Bellman? Well, Spear Guide kann ich so machen, ne? Oder? Let's see. Warum? Holy shit, das war knapp. Ich konnte ihn nicht backstabben. Oh, ihn kann ich. Okay, nice. Nice. Jesus. Oh, Gott. Stimmt, das ist ja... Oh, Gott. Das ist ja der ganze Haufen Affen, der da normalerweise steht, ne? Ach, du Scheiße. What the fuck? Wie, du hast mich gesehen? What? Excuse me. Der X-Ray-Augen, oder what? Oh, Gott. Hello? No. Oh, ja, hier geht's auch noch... Hier war das, wo es noch ganz nach unten ging. That's right. Aber ich glaube, ich möchte vorher den Checkpoint haben, tatsächlich. Wie machen wir denn das? Da haben wir jetzt die ganze Herde, wenn ich da jetzt hochgehe, ne? Wenn ich da lang und dann da hoch... Ich glaube, da kann ich auch noch hoch. Hier. Ja. Jetzt müssen wir uns aber auch beeilen. Gehen wir hier hoch. Oh, Gott. Na, 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 no. No Fluteguy. Please, no Fluteguy. Fluteguy, please stop. Fluteguy, please. Fluteguy, no! Fluteguy. Please. Naja, wir haben das Item, ne? Oh Mann. Oh, der Flötenhaini. Der hat mich alt gemacht. Scheiße. Ist okay. Ist okay. Hallo, Sir. Äh, Sir. Danke. Danke. Sikiru. Hm, kein Gegner zu sehen. Wollen wir mal gucken. Oh Gott. Wer haben wir da? Okay. Ich werde gerade besiegt von einem Stück Plastik. Die Abdeckung über die Klammverrichtung will einfach nicht drüber gehen. Wir tun schon die Finger gucken weh. Schieben und drücken. Ich habe das ab und an, ganz ehrlich gesagt, wenn ich hier, äh, ja, so Cola-Flaschen oder so, ganz normale, ne, Flaschen habe, so wie die hier, so eine Wasserflasche und ich den Deckel wieder draufdrehen will. Manchmal, ne, kriege ich den einfach nicht drauf, weil einfach, keine Ahnung, weil meine Fähigkeiten dafür dann einfach nicht mehr ausreichen. Und dann mache ich dann immer, ne, schräg drauf und dann ist er wieder gerade und dann, ne, will ich drehen, dann ist er wieder schräg und dann, ne, mache ich ihn wieder gerade, dann, äh, will ich wieder zudrehen, dann ist es wieder schräg und geht wieder nicht zu und schräg. Schrecklich. Absolut schrecklich. Oh no, wait a second. Okay. Easy. Gut, 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 gut. Warte mal. Ähm, item haben wir, item haben wir. Runter wollen wir erst gleich, ne. Oh, jetzt muss ich schnell sein irgendwie. Vor allem ist wegen dem, wegen dem, äh, Flötenhaini. Oh, ich sehe noch ein Item. Hahaha, wait. Wait. Das hat sich gelohnt. Das hat sich tatsächlich gelohnt. Ähm. Oh, hello. No, 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 no. Jeder darf mich sehen, nur nicht, nur nicht, äh, Flötenhaini. Nice ball. Nice. Nice. Oh, da ist auch noch ein Item. Das können wir uns aber gleich holen. Nice. So, wen haben wir denn da als Boss? Weil hier ist eigentlich der, äh, Bossfight gegen den Aff... Oh, ist das Lady Butterfly? Hm. Oh, oder ist das Isshin? Das könnte auch Isshin sein. Isshin ist der letzte Boss im Spiel. Äh, ei, ei. Okay, wir haben den Checkpoint. Let's... Oh, not a prayer beat. Let's go. Würde ich sagen, gehen wir jetzt runter, wah? In den ekligen... Es wäre ja kein From-Software-Spiel, wenn wir keinen... Poison-Sumpf hätten, ne? Infolgedessen haben wir hier auch direkt einen. Wait. Äh, öh. Muss ich hier lang? Pff. Yep. Der hat doch so einen Türsteher, soweit ich weiß, Genishiro oder so. Meinst du Lord Isshin? Ja, ja, also ja, ja, also im Prinzip genau. Kann man so sagen. Bevor man Isshin bekämpft, kommt Genishiro nochmal, den man eine Runde bekämpfen muss und dann hat man nochmal zwei Phasen von Lord Isshin. Oh, okay, all right. Oh, da verliert jemand die Leben, da ist jemand vergiftet, sehr gut. Easy money, look at this. Und tot. Wunderbar. Also nur Spirit Emblems, ne? Dann nehmen wir uns trotzdem mal mit. Joink. So. Das wird jetzt interessant, let's see. Gegner werden nicht eingeblendet. Oh. Okay. Der Meebo-Guy sieht mich schon? Wow. Wow. Stopp. Oh, danke für den I-Frame. Ja, komm du mal ran hier, alter Tänzer. There you go. Bab, 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 dead. Da ist doch... Lizard? Das ist ein Flötenmann. Wie kommen wir denn da nochmal hin? Oh, um... Ist da irgendeinen Haken zum Hochkommen? Nein, nein, bitte seh... Oh Gott, der hat mich schon bemerkt. Ich muss mal Dark Souls 1 randomisen, runter nach Isar League gehen. Er stirbt der nicht feuerfeste Boss, 1000 EAR-Füßler Ersatz, genau. Und anschließend gibt's massiv Seelen, wenn alle Dinosaurier Ersatzfiecher krepieren. Ja, das kenn ich auch. Wie gesagt, ich hab ja schon Dark Souls 1 random... Oder mehrere gemacht. Hab ja auch schon mal einen gestreamt. Und da war mein Hauptgegner, war eigentlich immer Ornstein, der war irgendwie an jeder Ecke. Und als ich nach Isar League kam, war es auch so, du kommst da runter, und der Boss, der eigentlich den 1000-Füßler ersetzt, ist eigentlich instant gestorben. Und als du dann weitergekommen bist, natürlich die meisten Gegner auch, was sehr cool war. Das wird, glaube ich, sehr schwierig, da jetzt hinzukommen, um ehrlich zu sein. Wait, maybe not. Maybe not. You. Die. Gut. So, und jetzt ist doch hier noch die Höhle mit der Schlange gewesen. War da nicht sogar noch ein Merchant vor? Ich glaube, da war sogar noch ein Merchant. War das nicht hier? Ja, Tatsache, da ist er. Hehehe. Hopp. Heinz mit organisation. Ich weiß ja nicht, ja. Häh? Hm, müsste ich eigentlich kaufen. Müsste ich tatsächlich kaufen. Meins acht, ja? Musik. Ah. Schi Schi, ja, ja. Sche. Machen wir mal vier. Oh, fast. Danke. Divine Confetti. Nee. Okay, bye. Genau, und das ist Schlangenhöhe. Oh Gott. Oh, hier sind eigentlich unzählige Gegner drin, normalerweise. Ähm, die jetzt natürlich alle randomised sind, ne? Oh je, oh je. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Es könnte von Vorteil sein, kann jetzt natürlich aber auch sehr in die Hose gehen. Oh, hello. Du stirbst sofort, danke. Alle, bloß nicht die Flötenhainis, ganz im Ernst. Hi, was ist denn jetzt passiert? Ah, da hat mich schon wieder jemand... Meebo-Guy. Geh weg. Geh weg. Ist er nicht gerade hell hier? Mhm. Ah, hallo, Friend. Hi. Hi. Äh. Äh, okay. Well. It's a friend of mine. Ja, du steckst da fest, glaube ich, Sir. Prayer beat, let's go. Ging's hier nicht auch oben lang? Ja. Hop, hop. Nicht die Schlange berühren, nicht die Schlange berühren. Oh Gott, no. No, 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 no. Fist full of ass. Joink. Ah, wir sind ja schon hier. Okay. Oh. Oh. Oh, wait a second. Hm, wie kommt man da jetzt hin? Oh, ich höre noch einen Flötenmann. No. Flötenmann ist da unten. Sind das zwei Flötenmänner? Nein. Mhm. Oh. Neue Prostetik. Nice. Okay, bye. Nö, 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 nö. Ups. Hello, friend. Hi, friend. Au. Okay, ich wollte eigentlich nur Hallo sagen. Sorry. Guck, guck, guck. Okay, der Affe ist noch hier. Ich wollte gerade sagen, der ist zum Glück nicht randomized. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, dann mach du mal deine Arbeit, bitte. Hopp, hopp. Na los. Sehr gut. Hi, yeah. Nice. Hm. Hm. Sakura Droplet. Okay, das ist jetzt zum Beispiel, denn Items kenne ich nicht. Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Hopp. Und dann sind wir hier. Einmal rum im Pott. Wunderbar. Okay, damit haben wir das Gunfort. Zumindest soweit. Oh, wir können, wir. Oh, mehr Physical, mehr Health. Let's go. Nice. Sehr gut. Wir haben immer noch 20 Skill-Punkte, ne? Und mir fehlt halt immer noch dieser eine Skill-Tree, wofür ich eigentlich jetzt Punkte ausgeben wollen würde, aber den Skill-Tree habe ich leider noch nicht. Deswegen bleibe ich noch so auf meinen 20 Skill-Punkten sitzen. Das bringt halt nicht Shinobi-Arts, das ist halt Monk-Bild. Das bedeutet im Prinzip ohne Schwert. Rollo Nummer 2 ist auch dran. Ich hätte das schon Jahre eher tun sollen, weil die hätte vom Jahr immer was geblendet hat. Ah, okay. In der Sonne war die viel zu grellen. Hausfassaden nebenan. Ah, wenn die so, ne? Gerade frisch gestrichen sind und frisch weich sind, das ist immer schrecklich. Gerade wenn dann die Sonne drauf fällt, kenne ich. Die haben so mediterrane helle Farben und reflektieren scheiße viel Licht. Ah, okay. Mediterrane Farben. Okay. I see. I see. So wait a second. We have to go from here again. Okay. Müssen wir das Castle im Prinzip einmal rückwärts spielen. Im Prinzip. Let's see. Du, du, du. Plupp. Hm. Gut, ihr habt nichts, was ich brauche. Also werde ich euch mal direkt ignorieren. Ignorieren. Easy. Monk Boy. Hallo, Monk Boy. Ja. Was war denn das? Sehr schön. Jetzt bekommen wir auf jeden Fall auch wieder ordentlich Leben zurück. Was sehr gut ist. Okay. Ach stimmt, hier sind wir auch noch nicht getaucht. richtig, richtig, richtig. Plupp. Oder sind wir da? Ne, sind wir nicht. Ne, sind wir nicht. Okay. Get him. Yes. Treasure, carb, skate. Right, so, okay, wait, ist hier jetzt, ah ne, doch, da geht's auch zu nem, zu nem, check, check, oh god, oh, oh god, es sind zu viele, es sind zu viele, ah, oh, oh, wait, no, oh, oh, Sirs, Gentlemen, ja, bekämpft euch mal gegenseitig, ich mach mal hier kurz das, nicht wahr, ei, 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 gut, somit haben wir das schon mal wieder, hmm, also daran sieht man jetzt, dass quasi Ashina wieder im Quiek ist, dass sich jetzt halt auch die anderen bekämpfen. Daran merkt man halt, okay, jetzt hat sich was in der Welt geändert. Aber, wait, ich möchte das mal... Nee, stop. Oder gehen wir erst hier lang? Kann man erst hier lang gehen, oder? Oder? Wobei, gibt es hier was Neues? Ich weiß nicht, ob es was Neues gibt. Ich glaube nicht. Nein, nein. Ja, okay. Okay. Okay, das Ganze nochmal neu, bitte. So. Er steht sofort so da, dass ich... Okay. Ja, dann, äh, hello. Haha, bye. Idiot. Gut, jetzt haben wir das auch wieder zurück. Wunderbar. Und jetzt müssen wir eigentlich nur wieder nach oben kommen. Irgendwie. Noch mehr Attack Power. Und das ist sogar die... Die Dings von, äh... Lord Isshin. Dear boy. Sehr gut. Hahaha. Das freut mich. Ähm, hmm. Wait a second. Keine neuen Items? Oh. Oh, ne. Das ist nur Licht. Let's see. Oh, never mind. Hm. Oh, da ist wieder irgendwas gestorben. Mebo Balloons. Come on. Oh, hello. No, I'm Prosthetic. Ah, sieh, das habe ich jetzt gar nicht, ne? Müssen wir eigentlich nochmal zurück zum Alten. Zum Sculpture. Hmm. Alright. Grab it. Right. Akua! Ja, wer kommt denn hier raus? Okay, er kommt da rausgelaufen. I see. Wer kommt da noch rausgelaufen? Nobody? Right. Geh weg. Geh weg. Oh, so. Einer kommt da rausgelaufen. Stirb. Was probierst du da? Ah, oh, oh. Hinter mir ist irgendwas. Irgendwas ist hinter mir, glaube ich. Hey, 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 hey. Komm, 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 komm down. Okay, thank you. Bab, 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 bab. Bab. Okay. Aber diese Mebo Balloons. Sacky. Können wir nochmal einen trinken, wa? Okay. Oh, hello. Gott damn it. Ja, das ist ja gut gegangen, wa? Oh, und der hat natürlich auch noch eine Gun. Natürlich hat der eine Gun. Come on. Uh. Bye. See ya. No. Oh, die steht. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Ach, jetzt haben wir überall diese Abkürzungen ruhig durch. Nice. Huh? Nee. Okay. Oh, hi. Oh, hi. No, 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 no. Oh, God. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, Mibu-Guy. Mibu, 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 Mibu. Thank you very much. Hm, das war doof. Nice. Okay. Uh. Die können echt mies sein, diese Gun-Typen. Okay. Erfchen hier, erfchen da. Okay. Flöten, man. Flöten, man. No, flöten, man. Flöten, man. No. Alter, wenn das nicht... Will nicht wissen, was er für komische Kugeln dabei hatte. Ich glaube sogar, der hat ganz normale, runde Kugeln. Allerdings hat der, der hat, glaube ich, gefühlt acht Öffnungen an seiner Waffe. Und er soll halt sowas sein wie so eine Shotgun, ne? Eine recht heftige Shotgun. Starbid. What? Sir? Huh. Huh. Okay, jetzt werden wir rüber. Zum Flöten, man. Oh, Gott. Wo war Flöten, man? Hier? No, 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 no. Oh, Gott. Please. Stubble. Geh. Okay, scheiß auf Flöten, man. Oh, warte mal. Wir haben jetzt einen Bossfight hier, ne? Wait, 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 wait. Bevor wir das machen, muss ich noch den Checkpoint kennen. Wait, wo ist denn der jetzt? War das hier? Da ist er. Wobei, ne, wir müssen auch noch einen anderen Checkpoint holen, by the way. Fällt mir grad auf. Yo, Miss Ely, moin, moin. Na, wie schaut's aus? Alles gut bei dir? Willkommen an Bord, ey. Was geht denn hier ab? Ein bisschen Sekiro, ey. Ein bisschen Sekiro. Oh. Oh. Sure, rest. Oh. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. This is no way. Ah ah, ah ah. Dachtest du das hättest du schon durchgehabt? Nee, nee, nee. Wir hatten jetzt im letzten Stream das Problem, dass wir oder dass wir zwei gewisse Schlüssel gefehlt haben um weiter zu kommen und ich hab die per Du nicht gefunden, aber heute hab ich sie Gott sei Dank gefunden und jetzt sind wir weiter im Prinzip. Jetzt können wir auch weitermachen. Oh, oh Gott. Oh, hallo. Monkboy. Flop. Höhöhöh. Ich, ich kann sie... Stop that, you son of a gun. Pallet. Okay. Da, riesige komische Kugeln am Gegner. Ah, nice. Riesige komische Kugeln. Achso, am Gegner meinst du dran? Okay. Habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf geachtet. Habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf geachtet. Der komische Kugeln am Rücken unter dem Arsch. Ah, okay, okay, okay. Hm. 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 I see, I see. Hm. Okay. Oh, ist altes Spiel, ne? Huh. Oh Gott, den hab ich ja gar nicht gesehen. Ja, komm her hier. Ja, komm her hier. Kriegst du One-Shot. Einmal wieder auf. Da kommt noch einer. Oh. Sorry. Sorry. So, jetzt haben wir hier nämlich noch das eine, ähm. Das eine, äh, Feuer hier, ne? Damit wir dann unsere, oh, in general. Was haben wir hier? Ein Äffchen. Hm. So sind wir dann schnell da oben beim Bossfight. Reste. Wollen wir das Äffchen einfach mal mit uns kämpfen lassen? Ich meine, ne? Der wird wahrscheinlich one-shotted. Aber, let's see. Das ist, äh... Affe mit Waffe. Ich weiß nicht, hat er Waffe? Affe mit Waffe. Affe mit Schwert. Affe mit Flintstark Pistol. Affe mit Waffe. Ja, okay. Dann spielen wir für uns mit jetzt. Ja, let's go. Okay, Mr. General, let's go. Oh. So. Oh, okay. Das war natürlich sehr gut. Pfff. Lass mein Affe ihn in Ruhe. Yeah, get it. What? Was hat der Affe da getan? Hat der gerade eine Bombe gezündet oder was? What the hell was that? Nooo! Jetzt habe ich meinen Affen gekillt. Ah, na toll. Das war ja wieder klar. Das ist, dass ich mal schön bleiben soll. No. 1. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Jetzt geht er, jetzt geht er auf. Jetzt geht er auf. Jetzt geht er auf. Wow. Uff. Hopp. 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 No, no, no. Das lassen wir schön bleiben. There you go. GG. Brrrr. GG's. Brrra B. Nice. Nice. Okay. Rest. Jetzt gucken wir nochmal kurz unten, bevor wir hier lang gehen. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen, das Item. Ja, Crucifix. What the fuck? Ja, jetzt gucken wir nochmal unten nach. Ich will wortwörtlich nicht in deiner Haut stecken. Irgendwie sehe ich mich in der Position des Spielers komplett am Scheitern. Wait, what? Why? Why? Hi, Mom. Hahaha. Da wollte ich mich schön anschleichen an den kleinen, ne? Und dann kommt die, kommt die dicke, äh, um die Ecke, weißt du? Was soll denn denn? Äh, warte. Wait. Nein, 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 nein. Davon haben wir doch auch genug, ne? Wait. Und das machen wir doch auch easy. Gaichi Sugar. Yo, Mr. Cookie, willkommen an Bord. Wie schaut's aus? Alles schön bei dir? Weil ich die Move sehe, die du machst, äh, und ich nur denke, wie zum, äh, soll ich das selber machen? Äh, das machst du, indem du einfach nur ein paar Knöpfe drückst. Easy. Easy. Oh Gott. Hmm. Nice. Okay. So, nur kurz gucken. Oh, du bist... Oh, Emma ist auch... Wait a second. Was ist da? Was ist, äh, äh, was? Hey, willst du noch einen trinken? Yeah. Unrefined Sake. Okay. Trinken ein, alter Mann. Das ist eigentlich lustig, weil, ne, also jetzt, äh, Mr. Mac, wir, wir sitzen jetzt vor dem letzten Boss im Prinzip. Das ist Lord Isshin. Das ist eigentlich ganz lustig. Monkey Boos, sure. Good, äh, ja, äh, okay. Nice. Gut, wir haben jetzt das, wir haben das, dann könnten wir jetzt eigentlich mal oben gucken gehen, was wir für ein Bossfight haben, ne? Ich bin wirklich gespannt, also wenn wir hier unten schon in dem wirklich kleinsten Raum den, den Dings hatten. Oh, ist das Owl? Ist das Daddy? Hm, da bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier haben. Let's see. Hm. 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 그때, die. Das ist nicht so. Dann können wir uns beherrschenken. Ja, wir sind doch. Wir sind nicht so. Also müssen wir uns treten. Wir sind nicht so. Bisher alles gut bei dir heute? Sehr schön, das freut mich. Das freut mich noch zu hören. Es ist so eine Art Bloodborne Ending. Ich glade dich die ganze Zeit, aber am Ende bringe ich dich doch um. Also so German Style. Es hat einen Hauch davon, ja. Es ist nicht ganz so, aber es hat einen Hauch davon, würde ich sagen. Könnte man schon sagen, ja. Hallo, hi Dad. Dad, du bist ganz schön groß, weißt du das eigentlich? Weil ich gehe dir eigentlich direkt bis zum, äh... Dad? Okay, jetzt muss ich mich ja entscheiden nochmal, ne? Oh Gott, wie war das denn jetzt nochmal? Bauchnabel, ganz so klein bist du nicht. Ich habe ja nichts Falsches gesagt, oder? Ich habe ja nichts Falsches gesagt. So eine Art Daddy also, ja. Ja, also er ist im Prinzip unser Daddy. Also es gab, bevor jetzt sozusagen das Spiel losging, gab es sozusagen einen großen Krieg in Ashina. Und, ähm, Lord Isshin hat diesen Kampf gewonnen. Und er ist jetzt quasi irgendwie König oder Kaiser von Ashina. Und, ähm, wir wurden von ihm hier, ähm, Father Owl, ähm, also die Eule, von ihm wurden wir da auf dem, auf dem Kriegsfeld wurden wir gefunden. Und von ihm aufgenommen und quasi dann halt aufgezogen. Und deswegen ist es unser Daddy. Daddy! Okay, wen haben wir denn jetzt hier? Gespannt ich bin. Vorname ist Sugar. Mein Name, mein Name ist Sugar. Nachname Daddy. Wer könnte sein? Es könnte Isshin sein, es könnte Emma sein, es könnte, äh, der andere Blazing Bull sein, es könnte, äh, was ich absolut nicht hoffe, weil er viel zu groß ist, ähm, Demon of Hatred sein. Hm. Spannend. Die Affen haben wir erledigt. Allerdings können die, glaub ich, auch nochmal kommen. Gar keine Ahnung, wie das sich so verhält im Randomizer. Vor allem an mit dem, äh, Sunshine Sunshine Reggae. Sunshine. Sunshine Reggae. Oh, Corrupted Monk. Oh, Drei-Phasen-Monk? Oh, shit. Okay, well. Well, well, well. Drei-Phasen-Monk, hä? Okay, das wird lustig. Oh, come on. Zu früh, zu früh. Ah, das war der Falsche. Na klar. Okay. Oh, Gott, wie verhält sich das denn jetzt? Äh, oh, Gott, okay, okay, das ist bad, das ist bad, das ist really bad. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Stop that, stop, just stop. Just stop, please. Oh, what the fuck, stop that. Oh. Okay. Oof. Nice. So, Nummer drei wird ekelhaft. Und, let's see, äh, huh? Uff, das war schlecht. Das war schlecht. Waaat, never ever. No, heal up. Nee, nee, nee. Das ist am aller schlimmsten, die Attacke, mit dem scheiß Terror. Uh. Wow. Na, hah, 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 hah. Äh, ich bin gleich bei euch, chat. Ich bin gleich bei euch, I'm sorry. Cool, dass ich hier was sehe. Äh, cool, dass ich hier rauskomme. Äh, cool, dass es, okay, da. No. Da war wieder eine scheiß Alpha-Wande, oder sowas. Okay. Ah, la 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 la. Oh, let's go. GG. Es kann nicht sein, dass wir aber trotzdem noch eine Phase haben. Leider Gott, das. Ei, 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 ei. Vielleicht, oder vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Okay. Wir haben gewonnen. Nice. Wie manche Gegner schweben, als hätten sie nur die Hälfte der Gravitation. Sie bekamen von Softball die Idee von Radan. Das ist hier bei... Gerade hier bei Sekiro ist das sehr, sehr cool. Bei dieser Nonne, die man bekämpft, also diese Corrupted Non. Sie hat wirklich so ein richtig geiles Slow-Motion-Move und das ist halt schon richtig cool. Yo! Yo! Holy smokes! Was ist denn hier los? God damn! Willkommen in Raiders! Holy shit! Wer war das? Halt's da! Mimi! Ein Mimi Raid! Hey Mimi! Vielen lieben Dank für den Raid! Hoffe euch geht's gut! Hoffe ihr hattet einen wunderschönen Stream! Und ja, hoffe alles fein, ne? Willkommen, willkommen Raiders! Wir spielen hier heute Sekiro Enemy & Item Randomizer Run. Bedeutet, dass alle Gegner und alle Items gerandomized sind. Also die Gegner sind jetzt komplett an anderen Plätzen platziert. Und ja, macht bisher ganz viel Spaß. Und ja, vielen lieben Dank für den Follow meine lieben Freunde. Liebe geht raus, willkommen an Bordai! Ganz viel Liebe geht raus. Meine Hände sind oben. Hände sind oben. Let's go! Let's go! Wie geht's euch? Warte, hab ich zufällig was überlesen? Stop! Also außer natürlich die Raid Nachrichten. Meh, Meh, Meh. Hände hoch. Okay. Alright. Alright. Cool. Wait. Rest. Yes. Let's go! Hello Raiders! That's right! Deine auch? Hände hoch! Wobei, heute kann man ja auch so sagen, ne? Hoch der Hände Wochenende. Hihihi! Ist ja schon wieder so weit. Emma? Wo ist Okuro da? Okay. We don't have... Uns fehlt doch noch... Ah ne, stimmt. Die Blume haben wir ja gefunden. Yeah. Das heißt, wir können definitiv weiterkommen. Müssten wir eigentlich zur Hochzeit, ne? I think. I think. Ekelhaft dieser Wurm, der aus dem Hals ragt. Bei irgendeinem Spiel habe ich das schon mal selber gehabt. Maybe Neo 1. Kann gut sein. Neo hatte ja auch so ganz komische weirde Monster, ne? Die einarmige Klimbim. Geht gut. Esse gerade Ratatouille. Denn frisches Gemüse ist gut gegen Skoboot. Ei, das stimmt. Da hast du recht. Let's go. Sehr gut. Adri, willkommen, willkommen. Raider Campus, auch willkommen. Bald Wochenende für mich. Erstmal noch Nachtschicht. Oh! Nachtschicht ist aber doof. Ei, ei, ei. Wünsch dir alles Gute dabei. Die wirst du auch noch überstehen. Easy. Miko-sama. Okay, ei, ei, ei. Cool. Cool Story. Pellets. 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 Okay. Danke. Danke, ja, easy, meine ich doch. Always easy. Oh, jetzt bekommen wir unsere dritte Reviving-Kugel, ne? Können wir ja mal trinken, wa? Bleib hydratiert, let's go! Ja, schön. Jetzt können wir dreimal wiederbelebt werden. Okay, rest. So, lieber Käpt'n, ich bin raus für heute. Training ruft. Alright, Mr. Darkie, kein Problem. Schön, dass du da warst. Liebe geht raus dafür, wie immer. Und wünsche dir viel Spaß beim Training. Mach nicht zu viel. Und vielleicht, ich drücke dir die Daumen für ein paar Hole in Ones. Let's go! Oh, ja, 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 ja. Okay. Immer gerne, immer gerne. Immer nur diese komischen Sachen. Gib mir doch mal was Gutes jetzt hier. Goddammit, Miku. Ja. 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 Okay, aber... Rest? Rest du? Okami, Emma, du bist. Ja. Wie war es? Fusshigilin. Ja. Fusshigilin. Ja. Das ist Okami. Okami. Ich bin jetzt der Kapitän. Nein, du bist nicht. Moin Moin Zweibler, wie sieht's aus? Alles gut bei dir? Schön, dass du da bist. Alles gut? Gage! Komisch, dass mein OBS das nicht anzeigt. Die Emotes, komischerweise. Okay, ich glaube jetzt können wir... Warte mal, jetzt resten wir noch mal vorsichtshalber. Checken das noch mal aus. Und ich glaube, dann gucken wir noch mal direkt, ob wir schon zur Hochzeit können. Ah ne, er hat sich schon anders hingestellt, let's go. Alles fein, aber viel um die Ohren, wie immer, und selbst. Bei mir ist alles gut, vielen Dank, vielen Dank. Aber ist doch gut, dass du was um die Ohren hast. So wird's zumindest nicht langweilig, ne? Sugar, goddammit. Okay, noch mal resten. Das ist hier so ein bisschen hin und her mit Resten und Labern und Resten und Labern. Dann noch mal gucken. Alright. Okay. Okay. Mhm, mhm, mhm. Gut, dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, das müsste jetzt funktionieren. Bin mir aber jetzt gerade nicht sicher. Ich will mehr Ruhe. Bin ich ehrlich? Okay, gut, okay. Ja, na klar, klar, wenn man die ganze Zeit zu tun hat, ist natürlich, klar geht das irgendwie auf die Substanz irgendwann. Macht Sinn. Ne, aber im Endeffekt kannst du halt froh sein, dass du was zu tun hast. Yay, let's go. Oh. Unsere Hochzeit wird jetzt gemacht. Ah, sehr schön. Ah, wonderful. Hm. Na, ist bei euch schon wieder Party? Mr. Cookie? Miss Klimbim? Was ist da los? Schon wieder in Party-Stimmung? Oder was? Was sagt eigentlich die Uhrzeit? Oh, die Uhrzeit sagt eigentlich schon wieder eine kleine Pause, ne? Goddammit. Hm. Plup. Es passt eigentlich sehr gut, weil wir haben eigentlich direkt wieder einen Bossfight, nachdem die Cutscene fertig ist, mehr oder minder. Müssen dann nur zu einem Checkpoint kurz gehen. Haben, glaube ich, nur ein, zwei Items da und dann haben wir direkt wieder einen Bossfight. Dann gönnen wir uns noch eine Pause davor, wa? Sounds good. Sounds good. Du hast heute Geburtstag? Wait a second. Really? Alles Gute zum Geburtstag, Cookie. Wünsch dir alles, alles Gute. Auf, äh, auf ein nächstes gutes Jahr, würde ich sagen. Let's go. Einmal Ausrufezeichen Celebrate in den Chat. Let's go. Das nenne ich doch einen wahren Strohmann hier, Kappa. It's a celebration. That's right. That's right. Yeah, happy happy birthday, Mr. Cookie. Let's go. Ladies and gentlemen. Den gibt's natürlich auch noch. Der funktioniert ja noch. Ja klar, warum sollte der nicht funktionieren? Weißt du doch. Mr. Swybler. There you go. There you go. Okay. Let's go. Ein Item. Na gut. Okay. Na wen haben wir da drin stehen? Euston, we have a problem. We have a big problem. We have a big problem. We have a problem right there. Hahaha. Hahaha. Das is the demon of hatred, alter. Auf der kleinen Brücke. Yeah. Na ja, wir wollten ja eh eine kleine Pause machen, ne? Hahaha. Hahaha. Ja, ich glaub. Ich glaub. Ja, ich glaub. Die nehm ich mir jetzt, ne? Ah, ja. Ähm. Hannelore ist schon wieder wütend. Die spuckt Feuer. Ja, ne? Geh rein. Ich sperr auch hinter dir die Tür ab. No! What do you mean? Stream Pause für immer. Ja, ich äh. Der Stream endet jetzt leider, Leute. I'm sorry. Hahaha. Na ja, machen wir eine kleine Pause. Fünf bis zehn Minuten. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem Kleinen da machen können. Schauen wir mal. Also. Stay hydrated, meine lieben Freunde. Äh. Get a little snack. The captain will be right back. Aye. Derormna. Nein, Forget碰ульт. Keine nach. gedaling. wieder. Oh nein,placeigkeit.